Der Kohl ist weg, eh? Wie da? Wie Mario sagt. Wie Mario sagt. Wenn du deine Flamme anmachst, hat der Alkoholpäsentage nach unten gehst. Das macht nicht. Jetzt haben wir jetzt Zucker. Eins. Oh, Vorsicht. Ah. Nein, nein. Rein am Flammen. Nein, nein. Nicht zu am Ring. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr die Zeit. Ja, ein bisschen. Ja, ja. Das ist eine gute Depilation. Zum Beispiel Haare. Ja, ja, ja. Ich geh mal erst mal den Feuerwehr anrufen. So, jetzt Kaffee. Nicht zu viel Kaffee, eh? Nicht zu viel, okay? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich geh mal, ja. Dann geh ich dich schlafen. Ja. Ja, ja, ja. Ich geh mal, ich geh mal, ich geh mal. Ich geh mal, ich geh mal. Ja, ja. Ich geh mal, ich geh mal in den Stroh. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich geh mal in den Strohhal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist alles fertig. Danke. Danke.